Begleite mich doch heute mal beim Plätzchen machen. Heute kam eine Freundin zum Plätzchen backen. Wir haben Mürbeteig gemacht, so Ausstecherle eben. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das hier butterweicher machen soll. Hat übrigens nicht funktioniert. Aber natürlich muss jeder Mensch arbeiten, so auch ich. Also musste ich einige Mails schreiben, bevor sie dann da war. Und dann haben wir verschiedenste von diesen Ausstecherchen gemacht. Gegen Ende bin ich dann noch auf die Idee gekommen, so eine kleine Winterlandschaft zu machen. Und tatsächlich sind die ganzen Kekse so gut geworden. Ich habe mich richtig gefreut. Zur Feier des Tages hatten wir dann noch ein paar süße Stückchen. Weil, lol, wir hatten ja noch nicht genug Süßzeug. Buttons waren natürlich auch mit dabei. Das Bild könnt ihr übrigens auf Instagram liken. Und dann sind wir noch kurz spontan in Action gefahren. Und ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geholt. Für Weihnachtsgeschenke, aber eben auch für ein paar Überraschungen für euch. Denn es ist ja laufen. Das bedeutet, ihr könnt regelmäßig bei mir hier was gewinnen. Jetzt ist nur noch die Frage, sollte ich heute noch mal was ordentliches essen? Und wenn ja, was? Und wer ist das, was? Und wenn ich heute noch peach schätze mache, dann wäre es auf49 packet, aber es ist schwierig.